Hallo, herzlich willkommen bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Arbeit ist das halbe Leben, heißt es ja so treffend. Aber wenn bei der Arbeit die eigenen beruflichen Kompetenzen nicht gesehen und missachtet werden, wenn einen der Chef fertig macht und mobbt, wenn Frauen am Arbeitsplatz blöd angemacht und belästigt werden, dann kann das Arbeitsleben auch zur Qual werden. Machtmissbrauch am Arbeitsplatz, das kommt in vielen Unternehmen vor, auch in der Kirche. Obwohl es da doch anders sein sollte. Schließlich hat die Kirche einen hohen Anspruch an Nächstenliebe und Umgang miteinander, so wie es Jesus einst vorgelebt hat. Doch Machtmissbrauch in der Kirche kommt vielfach vor, wie eine bundesweite Umfrage des GemeindereferentInnen Bundesverbands 2022 ergeben hat. Alarmierende Ergebnisse damals. Befragt wurden über 900 GemeindereferentInnen und Referenten sowie PastoralreferentInnen und Referenten. Alles Profis der Pastoral in den Kirchengemeinden, die allerdings im Unterschied zum katholischen Pfarrer keine Weihe empfangen haben. Über Machtmissbrauch in der katholischen Kirche spreche ich heute mit Regina Nagel. Sie war Gemeindereferentin, ist Wirtschaftspsychologin und Vorsitzende des GemeindereferentInnen Bundesverbands. Und zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Hubertus Lürbke hat sie die Umfrage gemacht und die Ergebnisse in einem Buch veröffentlicht. Regina Seneca, war Gemeindereferentin, ist Personalentwicklerin und seit 2022 Ordinariatsrätin im bischöflichen Ordinariat Rottenburg-Stuttgart. Dort leitet sie im Tandem die Hauptabteilung Pastorales Personal, ist also die Personalchefin aller pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Frau Nagel, wir wollen uns zu Beginn ein paar Ergebnisse aus Ihrer Umfrage anschauen. Die Umfrage ist auch in diesem Buch hier erschienen. Ich zeige es mal gerade, dass Sie veröffentlicht haben. Und wir haben ein paar Ergebnisse mal in Tabellen zusammengestellt. In der ersten Tabelle, die wir einblenden, geht es um die Arten von Machtmissbrauch. Also ganz oben steht zum Beispiel Missachtung, Behinderung beruflicher Kompetenzen. Was heißt Machtmissbrauch erst mal? Ja, also Macht ist ja zunächst nichts Negatives, sondern Macht heißt ja einfach, ich kann was gestalten. Missbrauch hingegen, ich denke Missbrauch, da kann man sagen, dass Missbrauch immer was mit Macht zu tun hat. Also es gibt ein Gefälle, es gibt ein Abhängigkeitsverhältnis, wenn es um Macht geht. Und diese Macht kann auf unterschiedliche Art und Weise missbraucht werden. Sie haben viele Beispiele in der Umfrage, in dem Buch zusammengetragen. Zum Beispiel Abwertung von beruflichen Kompetenzen. Sie haben ein Beispiel einer neuen Gemeindereferentin in einer neuen Gemeinde. Die hat jahrelang Beerdigungen gemacht und dann an der neuen Stelle darf sie aber nur beerdigen, wenn der Pfarrer im Urlaub ist. Also das wäre so ein Beispiel. Oder auch Abwertung aufgrund des Geschlechts fand ich auch ein krasses Beispiel. Die Gemeindereferentin darf keine Kommunion im Gottesdienst austeilen, weil sie ihre Periode haben könnte. Hat jemand geschrieben, ja. Also es sind schon krasse Beispiele, finde ich. Eine zweite Tabelle aus ihrem Buch zeigt, durch wen die Übergriffe erfolgt sind. Da haben wir ganz oben dienstvorgesetzten Priester, 88 Prozent. Weitere Priester, auch Ehrenamtliche mit Leitungsfunktionen, die gibt es ja auch in Kirchengemeinden. Und dann aber auch sogar ein Bischof wird da genannt von 13 Prozent. Wie kann das sein, dass ein Bischof Macht missbraucht? Also zum einen zunächst so den 13 Prozent. Das variiert übrigens ziemlich in den Diözesen. In Rottenburg-Stuttgart sieht es sogar ein bisschen besser aus von der Prozentzahl. Aber wenn Sie fragen, wie ein Bischof Macht missbrauchen kann, denke ich, das Erste, was einem in den Sinn kommt, wenn er Täter schützt. Wenn er Missbrauchstäter schützt, wenn er vertuscht. Und dieses Stichwort Missbrauch ist ja gerade in dem Buch etwas weiter auch gefasst als nur im Hinblick jetzt auf sexualisierte Übergriffe oder sexuelle Gewalt. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, denke ich, ist, wenn ein Bischof in seinem System so eine Grundangst provoziert unter den Mitarbeitenden. Und also wenn ich mal in die Vergangenheit gehe, dann ich bin seit 25 Jahren in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen bundesweit. Und wenn ich da mich erinnere, was die mir alles erzählt haben, dann würde ich, fallen mir sofort drei Bischöfe ein, die ein solches System, meinem Eindruck nach, ein solches System von Machtmissbrauch errichtet haben. Das war Kardinal Meisner in Köln. Das war Kardinal Müller in Regensburg. Und das war Tebert van Elst in Limburg. Also da erinnere ich mich noch an die Geschichten. Und wenn ich so mehr ins Jetzt komme, dann sehe ich auch eine Variante von Machtmissbrauch. Bischöfe haben ja auch eine unterschiedliche spirituelle Haltung oder sind eher konservativer oder eher etwas reformorientierter. Und wenn jetzt so ein Bischof ziemlich fundamentalistisch oder sehr konservativ, wenn man es harmlos ausdrücken will, drauf ist und das vielleicht sogar noch in so einem evangelikal oder katholikal charismatischen Sinn und dann versucht, in seinem eigenen Bistum seine Richtung durchzudrücken. Und das gibt es derzeit auch im Hinblick auf Gemeinde, im Hinblick auf Hochschulseelsorge sogar. Das sind so Elemente, wo ich heute auch wahrnehme, da passiert Ungutes, dass ich mit Machtmissbrauch doch ein Bischof in Verbindung bringen werde. Eine dritte Tabelle mit Ergebnissen aus Ihrer bundesweiten Umfrage. Da geht es um die Folgen von Machtmissbrauch. Da werden genannt zum Beispiel psychische Belastung, Krankheit, es stehen ganz oben, dann Schlaflosigkeit, Angst, unfreiwilliger Stellenwechsel bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes. Hatten Sie diese Folgen auch befürchtet in dem Ausmaß oder erwartet in dem Ausmaß bei der Umfrage? Ja. Ja. Und zwar deswegen, weil wir ja nicht als Wissenschaftler von außen eine Studie durchgeführt haben, wo wir gesagt haben, ja, mal interessant, ob man dort so etwas findet, sondern das Buch entstand ja als oder ist ein Betroffenenbuch. Wir wussten, was uns die KollegInnen und Kollegen, was die uns erzählen und haben gesagt, und das machen wir jetzt öffentlich. Was ich nicht wusste, dass sich so viele beteiligen werden. Also 900 von 7500 insgesamt. Das ist ziemlich vergleichsweise viel. Und auch wenn das jetzt, das klingt vielleicht so, wenn ich sage, ja, ich wusste das. Ja, ich wusste das. Aber jede einzelne Geschichte, ich habe hunderte von Seiten mit Beispielen, das hat ja gar nicht alles hier reingepasst. Ich habe mit 30 betroffenen Interviews von eineinhalb bis zwei Stunden geführt. Und jede einzelne Geschichte macht einen fertig, macht einen betroffen. Und ja, von daher habe ich sehr, sehr, sehr viel mehr an Wissen über Machtmissbrauch im pastoralen Dienst, als überhaupt in das Buch reinpasst. Frau Seneca, Sie sind als Personalchefin für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Diözese Rottenburg-Stuttgart verantwortlich. Finden Sie diese Umfrageergebnisse, die Frau Nagel ein bisschen angerissen hat, auch in ihrer alltäglichen Arbeit wieder? Unsere Diözese bildet sicherlich keine Ausnahme. Es haben 80 Mitarbeiterinnen aus den pastoralen Berufsgruppen teilgenommen. Ungefähr jede achte Mitarbeiterin, jeder achte Mitarbeiter ist das. Und ja, also manches finde ich wieder. Als Personalentwicklerin beschäftige ich auch mich viel mit dem Thema Leadership und Führungskultur. Und an diesem Buch hat mich dann, ich habe ja vorab schon die Berichte zugeschickt bekommen, dass ich meinen Beitrag schreiben konnte. Sie haben auch in dem Buch geschrieben. Ja, genau. Da hat mich besonders der achte Bericht der Betroffenen angesprochen. Die Notfallseelsorgerin im Ahrtal, die da ein Erlebnis hatte. Das hat mich deswegen angesprochen, weil ich auch Notfallseelsorgerin bin. Und weil ich merke, in so einer Situation ist man eh dünnhäutig. Und wenn dann einem so etwas wieder fährt, ist das nicht einfach zu ertragen. Und für mich als Personalchefin und Personalentwicklerin war das auch schon schwer zu lesen und mir dann vorzustellen, das hat eine Mitarbeitende erlebt. Was war da passiert genau? Ja, sie wurde nachher nochmal zu einem Gespräch gebeten, wo sich da was in der Wahrnehmung vom Dienstvorgesetzten und von ihr auseinander dividiert hatte. Wurde sie zu einem Gespräch vorgeladen. Und ja, es ist nicht gut gelaufen, das Gespräch. Und das ist einfach sehr schade, wenn da zu wenig auf Betroffene Rücksicht genommen wird, auf die konkreten Situationen, in denen sie stecken. Und wenn man dann als Personalverantwortliche Macht ausübt, indem man nicht erstmal hört, sondern gleich mit einer vorgefertigten Meinung kommt. Und das hat mich in der Situation sehr beschäftigt, dieser Beitrag da. Und ja, ich kenne das an der einen oder anderen Stelle auch bei uns. Sie haben ja selber auch mal als Gemeindereferentin gearbeitet. Haben Sie da auch Machtmissbrauch erlebt? Nein, ich persönlich nicht. Also ich hatte einige Chefs und meine Chefs. Ich habe dann mal überlegt, wie kann ich die eingruppieren? Zu welcher Leadership-Gruppe gehören die? Ich hatte sehr wertschätzende Chefs und sehr demokratisch arbeitende, sehr loyale mir gegenüber. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Jetzt gibt es ein Zitat vom Bischof Heiner Wilmer aus Hildesheim vom Dezember 2018. Der hat da gesagt, Missbrauch von Macht steckt in der DNA der Kirche. Also gehört quasi dazu. Stimmt das? Ich finde den Satz ein wenig plakativ, weil ich auch in meinem Beitrag darlege, Machtmissbrauch kommt überall vor. Überall da, wo es ein hierarchisches Gefälle gibt, wo es eine Asymmetrie gibt, ist auch die Gefahr da, dass diese Asymmetrie missbraucht wird. Und zwar, dass der, der in der höherwertigen Position ist, diese Asymmetrie nutzt zu seinem eigenen Gunsten oder um den anderen niederzuhalten oder warum auch immer. Und deswegen kommt machtmissbräuchliches Verhalten in allen hierarchisch strukturierten Systemen vor. Und nicht ausschließlich und allein in Kirche. Deswegen reibe ich mich mal so ein bisschen an diesen plakativen Satz von Bischof Wilmer. Was sagen Sie? Zum einen habe ich den Bischof Wilmer nicht so verstanden, als ob er das nur bei der Kirche sieht. Und ich widerspreche auch überhaupt nicht. Also natürlich gibt es das in vielen Unternehmen. Aber ich glaube, dass es doch in einer gewissen Weise was ganz spezifisch katholisch-kirchliches ist. Also ich sage manchmal, wir leben und arbeiten in einem männlich-klerikal-hierarchisch und auch noch mysogynen, also frauenfeindlichen System. Das mag vielleicht in einem anderen Unternehmen auch mal vorkommen, aber bei uns kommt noch hinzu, dass dieses System sich ja also der Überzeugung ist, dass es gottgewollt ist. Das heißt, es kommt immer noch eine Dimension rein, die in einem anderen Unternehmen, in dem Machtmissbrauch passiert, nicht reinkommt. Hat es vielleicht in der Kirche auch damit zu tun, dass die Arbeit in der Kirche nicht nur als Arbeitsverhältnis verstanden wird, sondern als Dienst, als Berufung, nicht nur als Beruf? Also dass man das erwartet wird, dass man quasi als Gemeindereferentin zum Beispiel rund um die Jungen im Einsatz ist? Also einerseits ist es ein schönes Wort, weil dienen, das hat so etwas, ich tue was Soziales, ich mache das gern, ich bin so altruistisch und ich engagiere mich auch gern. Also dienen hat ja auch eine schöne Seite. Wir sind Dienstleister, Dienstleistungen werden gerne in Anspruch genommen. Also das Wort dienen ist sehr schillernd. Ich finde es schwierig, wenn man von Dienstgemeinschaft spricht oder vom Dienst, weil wenn mit dem Begriff das Machtverhältnis tituliert wird, dann ist das ein bisschen von Verschleiern. Also man muss von Führung und von Geführten sprechen, von Führungssituationen, von Personen, die die Macht haben und Personen, die der Macht Folge leisten müssen. Und das wäre dann klarer und deutlicher als überall mit dem Begriff Dienst etwas zu verbrämen auch. Also man muss tatsächlich sagen, das ist ein Führungsgefälle. Hier geht es um Leadership, um Personalführung und auch Dienst, aber es ist ein klares Verhältnis dienstvorgesetzter Mitarbeiter. Ich sehe das so auch mit diesem Dienst, die halt das auch für eine schwierige Angelegenheit, auch zum Beispiel, wenn es dann um Geschlechtergerechtigkeit geht und also Frauen, die dann Priesterin werden möchten und dann heißt es ja, Priester sein ist aber doch Dienst und hat ja nichts mit Macht zu tun. Und den zweiten Begriff, den Sie erwähnt haben, den Begriff der Berufung, den sehe ich sehr kritisch. Und da hat es auch zwei Beiträge drin im Buch vom Martin Flesch und vom Oliver Winzeck, die da drauf eingehen. Und ich denke, dass das ein Thema wäre, das man mal in einer ganz eigenen Sendung anschauen könnte. Machen wir dann. Ja. Okay. Ein Zitat aus dem Buch. 70 Prozent der Priester verstehen nichts von Personalführung. Sie haben es ja eben schon angesprochen. Aber Personalführung wäre ja nötig. Also Leadership, wie Sie es auch nennen. Und nicht nur Spiritualität und Liturgie und Gottesdienst halten und so. Stimmt das so? 70 Prozent der Priester verstehen nichts von Personalführung? Ich finde die Zahl schwierig, weil ich gerne wissen möchte, auf welcher Statistik diese Zahl beruht. Ich tue mich dann immer schwer, wenn man dem Gefühl nach eine Zahl in den Raum wirft. Weil das, finde ich, ist doch sehr individuell vielleicht auch gewählt. Aber tatsächlich finde ich es wichtig, dass wir das deutlich in den Blick nehmen, dass für Berufung und Beruf des Priesterseins und in der Funktion, die er dann hat, auch Führungskompetenz dazu gehört. Weil er ist unabdingbar für das Priesteramt, ist für mich auch überhaupt keine Frage. Für mich ist es dann aber auch für die Ausübung des priesterlichen Berufes als Leiter einer Gemeinde. Unabdingbar und wichtig, dass er auch Ahnung hat von Personalführung, dass er Führungskompetenz entwickelt. Und da sehe ich durchaus noch einen Mehrwert und ein noch mehr fokussieren, das noch stärker betonen, dass auch das wichtig ist. Spielt das schon eine Rolle in der Ausbildung? Kriegen die Priester das mit? Ja. Aber es könnte noch mehr sein. Für mein Empfinden? Ja. Und ich sage aber keine Zahl für wie viel Prozent. Diese Prozentzahl, das ist so ein geflügeltes Wort unter KollegInnen vor allem. Ich war ja 40 Jahre in diesem Beruf. Und wenn man da die Stelle wechselt, dann ist man mit der Zeit so ernüchtert, dass man sagt, in 70 Prozent der Fälle muss man halt damit rechnen, dass man einen Dienstvorgesetzten hat, der es jetzt nicht so drauf hat mit der Führungskompetenz, mit der Teamfähigkeitskompetenz. Was aber nicht unbedingt heißt, dass es in 70 Prozent der Fälle schief gehen muss. Aber es kann ein Problemfeld werden. Ein Problem könnte ja auch sein, nicht jeder Priester ist vielleicht als leitender Priester geeignet, leitender Pfarrer von der Seelsorge ein. Als Seelsorge vielleicht hervorragend. Ja. Und er könnte vielleicht in der zweiten Reihe, so als Pfarrwikar heißt das ja, in der katholischen Kirche tätig sein. Aber es gibt ja nun nicht mehr so viele, sodass vielleicht auch die leitende Aufgabe übernehmen, die vielleicht doch nicht so geeignet sind, oder? Ja, also tatsächlich, die weniger werdenden Priester müssen viele Gemeinden leiten, viele Seelsorgerinheiten leiten. Und Pfarrwikarstellen, wie Sie es ansprechen, haben wir nicht mehr so viele. Das ist tatsächlich, wäre eine Möglichkeit für die, die sagen, ich will alles, was mit dieser Stelle als Führungsperson zusammenhängt, das will ich gar nicht. Ich will mich auf meine Berufung, auf meinen seelsorgerlichen Dienst konzentrieren können. Da haben wir genügend von, aber wir haben nicht genügend Stellen für solche Menschen. Und ja, so schaut es aus. Was braucht es denn nun, um Machtmissbrauch auch vorzubeugen aus Ihrer Sicht? Also die Bistumsleitung in Ihrer Person kann ja daraus tun. Man kann zum Beispiel Schulungen, man kann vielleicht auch Bewertungsbögen ausgeben, wo die Mitarbeiterinnen, die Pfarrer zum Beispiel auch bewerten. Was gibt es da an Möglichkeiten? Also erst einmal bin ich nicht, ich bin eine Person in der Bistumsleitung, wir sind da ganz viele, ich bin nicht die Bistumsleitung. Mir ist erst einmal wichtig, ganz grundsätzlich hier anzufangen. Also ich finde den Kai Ross ganz gut, dass es jetzt möglich ist, über dieses Thema zu sprechen. Dass wir sensibel machen können, dass wir mehr Aufmerksamkeit dahin legen können. Nämlich auf die, die es betrifft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter solchen Missverhältnissen zu leben haben. Und da bin ich doch ganz froh, dass wir da eine Sensibilität mittlerweile haben, dass man darüber reden kann, dass es da Verbesserungsbedarf gibt. Und tatsächlich ist es ein Verhältnis von, es gibt die Geführten und die Führenden. Und es gibt aber auch noch das System drumherum. Also es liegt nie nur an der Person, die führt. Und es liegt nie nur an der Person, die geführt wird, sondern das Ganze geschieht ja in einem System. Und von daher ist es gut, wenn das System mal hinschaut, was können wir denn tun, um solche Verhältnisse dahin zu führen, dass es kaum, am besten gar nicht mehr vorkommt. Genau. Das wäre schön, das zu erreichen. Ja, aber es könnte natürlich auch sein, dass man vielleicht auch nicht gehört wird, wenn man sich beschwert zum Beispiel. Also ich glaube, es gibt viele Beispiele auch wiederum in dem Buch, dass ja geschrieben wird an den Generaldika oder an den Personalverantwortlichen oder an den Bischof direkt. Aber Sie haben ja gerade gesagt, es ist gut, dass diese Mischstände jetzt angesprochen werden. Aber in vielen Fällen wurden die bisher auch nicht gehört. Und dann wurde nichts gesagt oder wurde vertuscht oder wurde nichts gemacht. Da muss sich die Kultur auch ändern. Die Kultur muss sich ändern. Und erst einmal muss ein Klima entstehen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauen, sich zu melden. Dass ein rückmeldefreundliches Klima entsteht, wo die Mitarbeitenden sich ein Herz fassen, zu trauen und dann auf die Berufsgruppenverantwortlichen zugehen oder auf die personalführenden Abteilungen und sagen, schaut mal her, könnt ihr mir helfen bei der Einordnung? Was ist mir denn da geschehen? Oder sie wenden sich an die Mitarbeitervertretungen, die wir ja auch haben. Wir sind in Rottenburg-Stuttgart an der Überlegung, dass wir eine sogenannte Clearingstelle einrichten, außerhalb des Ordinariats, wohin sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden können. Nicht nur für machtmissbräuchliche Erfahrungen, sondern auch für spirituellen Missbrauch. Wenn die Mitarbeiter denken, ja, was ist mir denn da geschehen? Was ist das denn überhaupt? Da möchten wir dafür sorgen, dass sie überhaupt immer die Möglichkeit haben, sich zu melden und dass sie sich trauen, ein Herz zu fassen. Das ist erst einmal der erste Schritt, dass wir für dieses Klima sorgen. Haben Sie das Gefühl, dass sich das Klima da entwickelt hat? Sie waren auch lange in einer Mitarbeitervertretung? Ich war 25 Jahre lang in der MAV und sehr lange Vorsitzende. Und ich habe also insgesamt positive Erfahrungen gemacht in dieser Diözese. Und man kann sogar sagen, dass es noch besser wurde in unserer Zusammenarbeit in der Zeit. Ja, kann man ehrlich so sagen. Und da kann vielleicht sich die eine oder andere Diözese sogar im Personalbereich ein bisschen was abgucken, würde ich mal sagen. Aber das sind halt verschiedene Ebenen. Also dieser Machtmissbrauch, das Arbeitsrechtliche ist eines von vielen Themen. Und da kann man ansetzen. Und wenn es nur im Einzelfall ist, kann man was verbessern. Auf das Gesamtsystem habe ich ganz große Sorge. Weil es, ja, weil es auch ein Stück weit in eine traditionalistischere Richtung geht. Übrigens auch, was den Nachwuchs anbelangt. Nicht nur junge Priester, auch junge Gemeinde, passt nicht alle. Aber darunter, unter dem Nachwuchs, ich höre es auch von ReligionslehrerInnen. Ja, teilweise sind die dann in Medjugorje berufen, haben eine Jüngerschaftsschule durchlaufen und wollen jetzt evangelisieren. Und das passt irgendwo nicht wirklich zu unserer Gesellschaft. Sondern da braucht es andere Kompetenzen. Und da bin ich mir noch nicht sicher, in welche Richtung wird das laufen. Da liegen meine Sorgen. Frau Senneka, Sie haben in dem Buch von Frau Nagel auch einen Beitrag geschrieben. Und Sie sprechen darin auch von der dunklen Seite der Führung. Also dass zum Beispiel keine Infos weitergegeben werden an die Mitarbeiterin oder dass es unklare Arbeitsaufgaben gibt oder auch eine grundlose Kritik. Aber Sie schreiben auch, es braucht auch eine gesunde Portion Narzissmus für denjenigen oder diejenige, die führt. Warum braucht es Narzissmus? Gesunden Portionen Narzissmus? Also eine gesunde Portion Narzissmus ist in dem Sinne hilfreich, weil der Narzissmus, der hilft, aus sich herauszukommen und sich zum Beispiel auch vor eine Kamera zu stellen oder in eine erste Reihe von etwas zu treten. Ja, also es gibt auch ganz viele Menschen, die würden nie in eine erste Reihe gehen, die würden nie eine Führungsfunktion übernehmen wollen. Also von daher ist so ein bisschen Narzissmus, ich sage mal verträglich, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber der Grad ist schmal, weil Narzissmus ja eigentlich dazu tendiert, in einer Selbstüberhöhung dafür da zu sein und da zu münden. Und deswegen ist dann Narzissmus eigentlich kein Führungsmerkmal, das wir wünschen. Also wir müssten eigentlich aufpassen bei narzisstisch geprägten Führungskräften. Gibt es eigentlich auch Disziplinarmaßnahmen, die man da ergreifen kann? Also kann man wirklich einen Pfarrer dann auch versetzen oder irgendwelche anderen Dinge? Oder kann man ihm einen Kurs auferlegen, dass er jetzt mal endlich lernt, wie man richtig führt? Ja, das ist ja schon, also Sie sind ja dann schon am äußersten Ende der Skala, die man als Führungstool einer Personalabteilung hat. Also erst einmal würden wir anders einsteigen. Das wäre ja so, als würden wir gleich bei einem Mitarbeiter sagen, da ist ein Fehlverhalten und zack, wir kündigen sofort. Also erst einmal breitet man das Instrumentarium aus, was es da hat an Gesprächen und versucht darauf einzuwirken. Na klar, das ist auch unsere Aufgabe. Also weil wir als Personalabteilung ja für alle Mitarbeitenden zuständig sind. Für die Pfarrer, genauso für die Diakone, Pastorale und Gemeindereferenten. Wir sind für alle zuständig und möchten da für ein gutes Miteinander auch sorgen. Muss man auch sagen, nicht jeder Konflikt zwischen Menschen, die in der Kirchengemeinde arbeiten, ist auch gleich Machtmissbrauch? Richtig. Also Macht manifestiert sich in Führung und nicht alles, was ich mache, weil ich die Macht habe, ist gleich Missbrauch von Macht. Und ein Konflikt, man kann sich auch um der Sache willen streiten. Es ist halt immer die Frage, welches Ziel nimmt das Agieren? Und wenn das Ziel eher ist, das eigene Ego rauszustellen und den anderen klein zu machen oder herabzusetzen, dann ist es missmögliches Verhalten. Wobei ich beim Konflikt noch einhaken möchte, weil das klingt dann so, es ist nicht so schlimm wie Machtmissbrauch ist es nicht, es ist vielleicht bloß ein Konflikt. Konflikte haben Eskalationsstufen, die bis zur Zerstörung gehen können. Und von daher glaube ich, ist das Wahrnehmen, da stimmt was nicht und möglichst früh aktiv werden und nicht vorher definieren, was das jetzt ist, wichtiger als zu gucken, wie nenne ich das jetzt, was da passiert. Haben Sie auch positive Beispiele erlebt, dass man Machtmissbrauch wirklich positiv behandelt hat und damit umgegangen ist in Ihrer Zeit? Jetzt als, selbst als oder? Ja, selbst oder auch, weil Sie es von Kolleginnen gehört haben? So wirklich fällt mir da jetzt nichts ein. Wobei, also ich sage es jetzt vielleicht so, und wenn Sie fragen, positiv. Also ich habe schon auch Dinge erlebt, die wirklich nicht in Ordnung waren. Aber ich habe meistens Leute gehabt, die mich gestärkt haben. Und habe selber in mir auch manchmal so eine Power gespürt, nicht aufzugeben. Und ich glaube, da ist es wichtig auch bei sich selber wahrzunehmen. Also die betroffenen KollegInnen und Kollegen. Wo hole ich mir Hilfe? Was macht mich stark? Aber auch, wo setze ich eine Grenze und ziehe mich zurück? Also bevor jemand dann krank wird zum Beispiel, empfehle ich immer, weil ich kriege viele, bis heute viele Anfragen. Und manchmal sage ich dann, pass auf, also wo ist der Gewinn? Wenn du weiterkämpfst, ist das vielleicht für dich der größere Gewinn zu sagen, ich mache was anderes. Nun hat die Kirche ja eine gewisse Grundlage in der Bibel, eine große Grundlage in der Bibel. Und dann gibt es ja auch Stellen, in denen es ums Dienen geht. Und die berühmteste ist vielleicht die aus dem Matthäusevangelium. Da heißt es, da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Hilft das in Sachen Machtmissbrauch oder macht es das nur noch schwieriger, so eine Stelle, so eine Grundlage? Können wir jetzt einen langen Vortrag dazu halten. Aber im ersten Moment sage ich, es macht es schwieriger. Weil wenn diejenigen, die in so einer Situation drin sind, sich daran erinnern oder das sogar noch jemand so zitiert, dann tut es noch mehr weh. Weil sie erleben, dass es nicht so ist. Und ich glaube, man muss auch aufpassen. Also mir wird es im Moment eigentlich schon reichen, wenn der Machtmissbrauch abgebaut würde. Und das Buch haben wir übrigens nicht geschrieben, damit sich jetzt wahnsinnig viel ändert, sondern im ersten Schritt, damit es wahrgenommen wird, was passiert. Und da helfen dann, ich sage es mal so, fromme Sprüche im ersten Moment nicht weiter. Ich wiederum kann es ja gut mit dieser Bibelstelle. Es gibt ja den Servant Leadership, den Dienenden Leadership. Also tatsächlich ein Führungsverhalten aus dem Verständnis heraus. Ich habe eine Führungsposition, aber ich mache das nicht, um toll dazustehen. Sondern ich mache das, weil ich dienen will, weil ich einen Auftrag habe, um etwas anderes zum Gelingen zu bringen. Von daher kann ich mit dieser Bibelstelle gut etwas anfangen. Noch ganz kurz von Ihnen beiden. Wie groß schätzen Sie die Chance auf Veränderung ein, wenn die nächste Umfrage in zehn Jahren kommt? Wird sich was zum Besseren getan haben? Etwas ja, aber ich bin nicht der Freund von Zahlen. Etwas ja, was sagen Sie? Punktuell ja, auf das Gesamtsystem dieser katholischen Kirche hin. Nein. Vielen Dank für das Gespräch. Um Machtmissbrauch in der Kirche ging es heute bei Alpha und Omega. Sie können das Gespräch auch nochmal nachhören als Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.